ja hallo schön dass ihr eingeschaltet habt heute mache ich mal wieder eine kleine wanderung bei jene ecke ist das und zwar bin ich hier in kleinen schmüllen hier sind so eine so genannten wanderdünen da wollen wir mal wieder einmal hin das ist schon eine ganze weile her dass ich hier war mal anschauen wie sich das alles entwickelt hier und wenn ihr euch öfters sehen wollt dann bleibt aber dran im hintergrund ist schon etwas zu sehen da geht man allerdings nicht hoch das ist alles naturschutz aber hier hinten gibt es einen lehrpfad bin ich der meinung ging es eigentlich nach oben und dann kam man hinten noch mal wieder runter mal gucken ob es immer noch so ist ich habe meine kittis wieder mit dabei ein bisschen spaß haben schön aussicht da sind wir hier gekommen und hier geht es bestimmt steil runter da unten drin ist aber noch irgendwo ein lehrpfad ein kleines platto ich glaube wir sind auch ganz oben drauf weiter geht es nicht weiter hoch aber es geht weiter kann er aus das war wirklich traurig wenn nicht mehr da unten drin ist ja Ja, jetzt sind wir schon beim Untergehen wieder, vor allem so viel ist das hier gar nicht, und den Wald fliege ich, den suche ich noch, mal gucken ob wir den Felgen noch. Ich glaube hier könnte sein, ohne kommen welche, da in die Richtung gehen wir jetzt auch mal weiter. Ja, jetzt sind wir hier im Wald, mal gucken ob dieser Weg immer noch so als Rundweg ausgebaut ist, dann kommen wir da hinten an eine Wanderdünge, geht sie nachher wieder hinter lang, mal gucken. Da woorden wir uns für uns. Ja, wie man jetzt sieht, wir sind schon aus dem Wald wieder raus, lassen jetzt die Wanderdüh und gehen jetzt Richtung Brack, das ist ein kleiner Wassertümpel, da war ich auch schon die Linger und wollen mal langschauen. Da haben wir so die Schmüll in der Brack. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg zum Auto Eine kleine Tour Mal wieder alles schön gewesen Das nach langer Zeit mal wieder zu sehen Ja, hier im Hintergrund sieht man noch die Schmühle der Berge und die ganzen Gänse, Schwäne, was auch immer, was da wieder mal kommt Ist ja ordentlich was los hier Naja, gut, ist ja auch Herbstzeit Schön Und es regnet heute mal nicht Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, den ganzen Tag Naja, macht auch nichts, brauchen wir Wollen wir mal nicht meckern Ja, wie gesagt, das war's Ich sag doch mal bis zum nächsten Mal Ciao, ciao